Hallo und herzlich willkommen zurück bei Platos TV mit eurem Chill-Offs und dem Rest oder einem Teil der Community. Heute wieder bei einer Runde Black Ops 2, diesmal im Modus Waffenspiel. Und da wollen wir doch schon mal hier loslegen. Mal gucken, wie die Runde diesmal wird. Nachdem meine letzte Runde ja ein klein wenig fail war. 5-7 ist doch... Da... Ja, vollo, da hab ich den noch wenig. Jo, mich hast du erwischt. Mann, Alter, komm. Scheiße. Da hab ich dich. Was ist das? Oh, da sind zwei. Von hinten. Da! Wo? Du hast dich aufschrauben. Nein! Nein! Keine Muni mehr gehabt, hatte ich das? Jawohl. Ich hätte dich auch zu vollstellen sollen, ich merke es schon. Wir haben eh alle dieselben Waffen. Ja, aber... Nein, Xenox! Sie stand jetzt auf einmal neben mir. Läufer, kriecht da einer! Nein! Patolein kriecht da rum! Läufer, boah. Das ist doch kein selbenes. Äh, ich hab mich grad gewundert, was kriecht ich denn da rum? Ich dachte, das ist ne Leiche, die... Was kriecht denn da rum? Jetzt kommen sie zu zweit! Klar! Nein! Ah, das ist so schwer, ne? Ach, warte. Ah! Pass auf, jetzt kommt gleich bestimmt MP, den PDW und dann haut er alle weg, der die PDW hat. Ja. Nein! Lass, 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 lass! Da! Wie ich grad verzogen hab, ey! Oh, Mann. Ich treff den nicht. Boah! Boah! Ja! Was hast du denn schon? Pumpe? Nein. Irgendeine. Irgendeine Toysolge. Achso. Nun. Boah, das ist mies, wenn einer ne Schrotflinte hat, ne? Schrot ist halt richtig übelst mies, dann. Boah! Da isse die Schrot! Ich hab ne Pumpe! Da isse die Schrot! Nein! Boah, ey, die ist scheiße, die Pumpe. Haben auch die blödste Pumpe genommen, die es gibt, ne? Boah, ist doch nicht dein Ernst, ey, Jungchen, Jungchen. Drei, acht Leute. Ihr könnt mich doch nicht so low lassen. Oh, fuck, da ist schon einer, die MG. Der hat gesessen, ey. Alter, Toysolge, hat schon elf Kills. Achso, okay. Boah, schotter. Oh, wieso musste der so lang nachwerden, ey? Oh, ich hasse Pumpen. What? Nachher kommen noch bestimmt Sniper und Einsatzschild und so ne... Boah, ich hab dich die ganze Zeit gesucht, ey, und da kommt der da angerannt. Ach nein. Oh. Oh, was ist das? Mann. Um die Ecke, um die Ecke. Was ist denn das hier? Ah, ein Tube-Abschütze. Was haben wir denn hier schönes? Was ist das, das ist ein... LOL. Ach, dein... Alter. Was ist denn das? Ist das ein Unschlag, wenn der echt kommt? Nein. Bin. Oh, das ist... Oh, das ist... Scheiße, das glaubst du gar nicht. Mit ner Pumpe im... Aus der Entfernung schießen. Nein, lass... Nein. Nein! Alter, der klaut mir den Kill. Bill. Mann, das ist... Nee, hab ich den nicht geklaut. Boah, ey, Toy Soldier, du hast ja gleich... Gewonnen. Ja, ja, wirst du aufpassen. Der ist ja der geheime Favorit. Du stirb denn nicht. Nein! Doch! Pam! Das scheiß Nachladen wieder. Nein! Nein! Ach, komm, das war... Ich hab jetzt ein Crossbow. Ach, schön. Nein! Dafür hat das nachher nicht mehr so leicht. Boah! Weggebasht. So. Ach, scheiße. Wo warst du auf deinem Handy? Ich hab dich nicht mehr im Visier gesehen. Äh, ich weiß noch nicht, wo ich war. Was ist das jetzt? Tomahawk, auch Schett? Was? Wie schießt du denn? Die wirft... Das ist wie ne Granate, dann geht's. Die wirft... Oh, nein! Nice one! Da bin ich so ein Zweiter. Ja, Dritter. Ich bin nicht so der in den Top 3, ey. Mit dem negativen KD, ey. Die Abschlusskamera will ich sehen, ey. Ja, sicher. Ja, von da hinten! Alles voll, ey. Bam! Bam! Nice! Voll in die! Nice one! Alter Schwung! Letzter! Wuhu! So, und jetzt noch zu einer weiteren Runde einem Lauf mit denselben, die letzte Runde dabei waren. Mal sehen, wie es jetzt läuft. Nachdem ich... Ja, also so der geheime Favorit ist ja immer noch Toy Soldier, ne? Wir haben grünes Licht. Ich glaub hier wird es... Da geht ja gut los, ey! Oh, ich hab doppelt geschossen! Nein! Oh, jetzt hab ich meine Kugel verballert. Was ist denn das? Keine Ahnung. Ich bin tot. Oh! Nein! Fuck! Ich hab die Kugel verschossen. Nein! Let's do it! Was war das? Was war das? Da stand einer vor mir und hat mich nicht gewässert. Ich bin gnädig. Nein! Nein! Alter, Futter, ich sehe keinen. Ihr seid doch alle Cheater. Hey, Leute, wo bist denn du? Das ist einer... Ach, der hat... Oh, Mann. Nein! Jawohl. Die geht nochmal messern. Au. Je nachdem, auf welche Taste du dir das gelegt hast. Boah, der war vom Standortanschlägen. Ah, nein! Mist. Überleben-Bonus, doll. Alter, wie kann man... Ach, nach drei Toten ist man schon raus. Oh, hab ich vergessen. Jo. Okay. Was? Fuck you. Nein! Oh, wieso, das hab ich vergessen einzustellen, sorry. Kacke. Sag mir das niemand. Oh, Mann. Jo. Was? Nein! Oh, ich leb noch. Letztes Leben. Nein! Meins auch. Nein, jetzt ein Messer nehmen wir alle. Baaah, gibt's da nicht? Ah, jetzt hab ich wieder rein, na gut. Ich bin raus. Nein! Boah. Nein! Nein! Oh, nice. Ah, scheiße, Mann. Oh, Xenox, oh. Na komm, wer gewinnt? Ich glaub, ich werd noch Xenox. Nein! Nein, nicht euer... Nice. Nice one. Oh, Toy Soldier diesmal an dritter Stelle. Hui. Boah, voll verkackt. Das Messer. Und jetzt zaaack. Nice. Mitten am Meer. Mitten am Meer. Mitten am Meer. Genau, mitten am Meer. Bei einer weiteren Runde. Eine im Lauf. Oder sollten wir lieber sagen, ein Lauf? Oder sollten wir lieber sagen, ein Lauf? Ha, ha. Wortspiel. Ah, ich hab wieder nur drei Leben. Scheiße. Zack. Da leckumioi. Nein! Der war knapp. Wo sei denn? Ich lauf hier die ganze Zeit... Ich lauf hier die ganze Zeit einem hinterher. Bleib doch mal bitte stehen und erlöse mich von meinem Qual. Was? Hallo? Nein! Nein! Wer ist da? Hinter mir! Das war Dings. Oh, ich bin erschach. Wer war denn da hinten? Du warst das. Ich hab dich auf der Karte gesehen. Ha, 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 ha. Da! Ist hier wieder nur mit drei Leben jetzt? Ja. Jawoll. Zwei sind schon drauf gegangen, ohne dass ich überhaupt einen Abschuss gemacht hab. Das ist natürlich auch wieder... Nein! Boah! Den wollte ich mir grad holen. Den wollte ich mir grad holen. Alter Vater, das war von der Range. Hat man eigentlich Dauer, äh... Nein! Oh, fuck! Da! Nicht dein Ernst! Ich bin raus, ey. Gibt's doch nicht. Guck mir doch mal den... Oh, der zielt ja genau, ey. Das geht ja gar nicht. Boah! Guck mir doch mal Xenox hier zu. Oh! 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 Schlitzen! Alter, so schnell sieht man ja gar nichts. Da! So, guck mal Chris dazu. Nein! Was ist das so... Boah! Oh, aufkomm. Nein! Was ist denn das? Ja! Ja! Oh, war das so geil! Tua! Wie lange wir uns zusammen gemäßchen haben und der kommt sein und sein. Ich geklatsch. Ey, das muss ich jetzt nur sehen, ey. Nice 1, ey. Zack! und der kommt sein und sein. Ich hab Zedox noch an, pass auf! Das wurde gar nicht angezeigt!